Mit der Windstärke 12, die Judith ist auch nochmal als Feature-Gast dabei und Paolo schreibt nicht nur fürs kleine Trio, sondern auch für die große Big Band, da werden wir auch Stücke aus seiner Feder hören. Ich freue mich ganz doll. Viel Spaß! 1, 2, 1, 2, 3 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 3, 4, 4 3, 4 3, 4 3, 4 3, 4 3, 4 4 3, 4 4 4 4 5 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 6 5 6 5 5 6 6 7 7 8 9 9